Kapitel 57 Verstoßen Lucius Malfoy schlief in dieser Nacht kaum. Gedanken verloren starrte er an die Decke. Seine Gedanken rasten. Die Verzweiflung seines Sohnes machte ihn zu schaffen. Die kleine Fiole mit den Phönix-Tränen hatte er gut versteckt. Er musste zugeben, dass er Dumbledore mehr als dankbar war, auch wenn er wusste, dass der Direktor es nicht ihm zuliebe getan hatte. In den frühen Morgenstunden hielt er es nicht mehr im Bett aus. Leise, um Narcissa nicht zu wecken, stand er auf und ging in sein Arbeitszimmer. Seufzend griff er nach Pakament und Feder und schrieb. Sehr geehrter Professor Dumbledore, ich danke Ihnen für das großzügige Geschenk, obgleich ich es nicht benutzen werde. Noch nicht. Meine Familie, die auch Harry und seinen Vater mit einschließt, ist mir wichtiger als mein Leben. Sie kann ich nur beschützen, wenn ich weiterhin als Spion arbeite. Sie haben sehr viel Größe bewiesen, indem sie mir eine Chance auf ein Leben ohne Mahl ermöglichen wollten. Daher möchte ich mich revanchieren. Meine Treue gilt dem Ministerium, welches Ihnen in den letzten Jahren oft Scherereien bereitet hat. Trotz allem würde ich meine Dienste als Spion auch Ihnen, beziehungsweise dem Orden anbieten. Es wäre mir eine Ehre. Hochachtungsvoll, Lucius Abraxas Malfoy Als er fertig war, steckte er den Brief sorgfältig in einen Umschlag und rief nach Trinket. Bring dies zu Dumbledore und richte ihm meine Grüße aus. Der Hauself verbeugte sich tief, griff nach dem Umschlag und verschwand. Eine Weile sah Lucius auf die Stelle, wo der Elf verschwunden war. Da nahm er ein neues Pergament und begann zu schreiben. Es dauerte einige Stunden, bis er fertig war, aber nun war alles abgesichert und das Malfoy'sche Familienoberhaupt war zufrieden. Er stand auf und streckte sich. Die Sonne war gerade aufgegangen und tauchte die winterliche Landschaft des Männers in ein warmes Licht. Er verließ das Büro und lief zum Zimmer seines Sohnes im ersten Stock. Leise öffnete er die Tür. Die beiden Jungen lagen friedlich schlafend im Bett. Harrys Kopf ruhte auf der Brust von Draco. Lucius lächelte. Für solche Bilder hatte er sich die Nacht um die Ohren geschlagen. Genau dafür. Für diese beiden würde er das tun, was er die Nacht über geplant hatte. Er betrat den Raum und setzte sich auf die Bettkante. Sacht strich er seinem Sohn durch das platinblonde Haar. Aufwache. Flüsterte er. Draco blinzelte einige Male, er die Augen öffnete. Ted? Ist alles in Ordnung? Wollte er wissen. Ja, alles okay. Ich muss dringend mit euch beiden reden. Komm bitte nach dem Frühstück zu mir ins Arbeitszimmer. Verwirrt nickte der Slytherin. Lucius lächelte, strich dann auch Harry sacht über die Haare und verließ das Zimmer. Draco hatte in den Augen seines Vaters gesehen, dass ihm etwas auf der Seele brannte. Er hoffte inständig, dass er ihm den letzten Abend nicht noch nachdruck. Liebevoll strich Draco Harry über den nackten Rücken. Dieser rührte sich nun langsam. Guten Morgen, sagte er verschlafen. Morgen. Gut geschlafen? Fragte Draco lächelnd und küsste seinen Freund sanft. Ja, sehr gut. Ist der alles in Ordnung? Wollte Harry skeptisch wissen. Draco setzte sich im Bett auf und fuhr sich durch die Haare. Ich weiß nicht. Dad war hier. Er will nach dem Frühstück mit uns reden. Glaubst du, es geht um gestern? Kann schon sein. Komm, wir machen uns fertig. Draco stieg aus dem Bett und zog Harry mit sich. Sie hatten zusammen mit Regulus gefrühstückt. Narcissa, Lucius und Severus waren bereits fertig mit dem Essen, als die beiden kamen. Nun standen sie Hand in Hand vor dem Arbeitszimmer von Dracos Vater. Machst du dir Sorgen? Wollte Harry wissen. Nein, aber Dad war so ernst vorhin. Draco sah skeptisch zu seinem Freund und klopfte dann an die Tür. Als sie eintraten, saßen Lucius Malfoy und Severus auf der Couch vor dem Kamin. Guten Morgen, Jungs. Kommt, setzt euch. Wart der Tränkemeister lächelnd. Morgen, Dad. Morgen, Luke. Sagte Harry, küsste seinen Vater kurz auf die Wange und setzte sich mit Draco auf die gegenüberliegende Couch. Also, ihr fragt euch sicher, was wir von euch wollen. Begann der Malfoy. Komm schon, Dad. Du machst mir langsam echt Angst. Fiel Draco ein. Keine Angst. Es ist nichts Schlimmes. Versuchte Lucius, seinen Sohn zu beruhigen. Mir ist gestern Abend bewusst geworden, wie sehr ihr euch braucht. Sein Blick kuschte zu Severus, der ernst aussah. Ich will, dass ihr zueinander stehen könnt. Ich werde die Tränen nicht benutzen, aber ich erlaube euch, dass ihr beide öffentlich zu eurer Liebe steht. Dad, das geht nicht. Der Lord, er... Schnell hob Lucius den Arm, um Draco zum Schweigen zu bringen. Harry sah irritiert zu seinem Vater, der kaum merklich die Hand zur Beruhigung hob. Draco, lass mich bitte ausreden. Das habe ich alles bedacht. Es gibt eine Lösung, und ich bitte dich, ich bitte euch, mir bis zum Ende zuzuhören. Ihr werdet zueinander stehen, wann und wie, ihr das machen wollt, überlasse ich euch. Sobald die Sache in der Schule öffentlich ist, werde ich dir einen Heuler schicken und dich aus der Familie Malfoy verstoßen. Sofort sprang Draco auf und wollte was sagen, aber der strenge Blick seines Vaters und die warme Hand von Harry an seinem Arm verhinderte dies. Sanft zog der Gryffindor ihn wieder auf die Couch. Du würdest ab diesem Zeitpunkt den Mädchennamen deiner Mutter tragen, also ein Black werden. Seth als dein Pater würde die Vormundschaft für dich übernehmen. Offiziell würdest du alle Privilegien eines Malfoys verlieren. Dies alles würde Voldemort darin bestätigen, dass weder ich noch deine Mutter etwas von dir und Harry wussten und auch keinerlei Möglichkeit haben, ihn oder dich auszuliefern. Lucius machte eine Pause und sah an die fassungslosen Gesichter der beiden Jungen. Aber, aber das, begann Harry. Sein Freund bekam kein Wort heraus. Ich weiß, das hört sich erst einmal schlimm an, aber für euch würde sich nicht viel ändern, solange das Schuljahr läuft. Es würde sicher einige Irritationen bei den Schülern geben, aber damit kommt ihr klar. Das Haus von Seth in Spinner's End steht unter dem Fidelius und keiner könnte nachprüfen, ob ihr oder er da wirklich lebt. Das Manna ist so gut geschützt, dass weder der Lord noch andere Todesser hier ungesehen ein- und ausgehen könnten. Ihr würdet weiter hier leben können. Sobald der Lord tot ist, werden wir alles rückgängig machen. Dafür habe ich umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Also? Auffordern sei zu den Jungen. Draco sah zu Harry, der sah zu seinem Vater und dann zu Lucius. Luke, wir, wir, wir wissen das wirklich zu schätzen, aber das ist zu viel verlangt, von Draco und von euch. Das kann ich nicht. Dad, ich liebe Harry, mehr als ich mir je hätte vorstellen können. Und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als zu ihm stehen zu können, aber das, ich kann euch das nicht antun. Draco brach ab und vergrub das Gesicht in den Händen. Ich habe es dir gesagt, Luke. Sarasa mitleidig zu den Jungen. Lucius stand auf und hockte sich vor seinen Sohn. Draco, ich und deine Mutter, wir haben uns das gut überlegt. Fakt ist, dass ihr beide krank werdet, wenn der andere nicht in eurer Nähe ist. Wir wollen, dass es euch gut geht. Denkt darüber nach. Es wird sich nichts ändern, nur dein Nachname und die Art, wie ihr hier ins Männer kommt, aber sonst nichts. Wir lieben dich und ich will, dass du glücklich bist, verstehst du? Harry. Er wandte sich an den Dunkelhaarring, der noch immer Dracos Hand fest und klammert hielt. Ihr beide gehört zusammen und ich will nicht, dass ihr leidet. Sarasa wird gut auf euch aufpassen und sobald alles vorbei ist, machen wir es rückgängig. Harry sah zügern zu seinem Vater. Dieser lächelte müld. Dann nickte er Lucius kurz zu und stand auf. Komm, Dre, lass uns etwas nach draußen gehen. Er zog Draco auf die Beine und aus dem Raum. Naja, das lief ja ganz gut, sagte Sarasa und legte Lucius eine Hand auf die Schulter. Was denkst du? Fragte dieser. Tja, gute Frage. Ich denke, wir müssen abwarten. Aber ich sagte dir gleich, die beiden werden nicht begeistert sein. Sie lieben sich, aber sie lieben auch ihre Familien, also. Harry und Draco standen dick eingepackt im Park des Männers unter der nun kahlen Kastanie. Der Gryffindor hatte einen Arm um seinen Freund gelegt. Beide hatten, seit sie das Arbeitszimmer verlassen hatten, nicht gesprochen. Draco sah grübelnd hinaus auf den zugefrorenen See. Harry trat vor ihn, strich ihm eine Strähne aus der Stirn und küsste die blassen Lippen. Ein Knut für deine Gedanken. Sagte er lächelnd. Draco seufzte, zog den kleineren eng an sich und vergrub sein Gesicht in dessen Halsbeuge. Was sollen wir nun machen? Dann kam es gedämpft von dem anderen. Draco sah auf und küsste den anderen leidenschaftlich. Okay, dann lass es uns tun. Nach den letzten Wochen weiß ich, dass ich es nicht nochmal aushalte, solange von dir getrennt zu sein. Ich glaube, Onkel Rack wird sich freuen, dass ich bald seinen Nachnamen habe. Er lächelte matt. Bist du dir ganz sicher? Ich meine mal, abgesehen davon, dass du kein Melfer mehr bist. Was ist mit den Slytherins? Mach dir keine Sorgen. Ich habe Blaze, Theo und Pansy, die Bescheid wissen. Und naja, ich kann ja dann immer zu euch kommen. Also das wird, denke ich, kein Problem. Was ist mit dir? Hm, ich wohne ja eh bei Dad. Da werde ich auch erstmal bleiben. Ich bin es gewohnt, angestarrt zu werden. Also, was soll's. Aber wie ist das denn in der Zauberwelt mit... Naja, mit... Also... Mit Homosexualität? Wollte Draco lächelnd wissen. Harry nickte verlegen. Weit verbreitet und doch in den meisten reinblütigen Familien totgeschwiegen. Allgemein aber akzeptiert, obwohl es bedeutet, dass es keinen Zaubernachwuchs gibt. Aber inzwischen gibt es kaum noch Anfeindungen. Das siehst du ja an Blaze und Seamus. Die meisten Schüler haben sie nicht schief angeschaut, weil sie schwul sind, sondern weil sie aus konkurrierenden Häusern kommen. Okay. Also willst du das wirklich machen? Fragte Harry nun zögernd. Draco nahm dessen Gesicht sanft in die Hände und küsst ihn noch einmal. Ja, ich will. Ich weiß, irgendwann wird das alles vorbei sein und bis dahin haben wir dann immer in uns. Gut, dann lass uns zu deinen Eltern gehen und es ihnen sagen. Harry griff nach Dracos Hand und sie liefen zurück. Sarah stand mit Regulus im Arm am Fenster. Das wird hart werden, sagte der Heiler mit Blick auf die beiden Jungen. Hm, ja, besonders für Draco und für euch. Seamus drehte sich zu Narcissa und Lucius, die hinter ihnen auf der Couch saßen. Die Heilerin wischte sie schnell ein paar Tränen weg und lächelte. Ja, das wird es. Aber ich will, dass mein Sohn glücklich ist und das wird er sein. Und Zef, du bist der beste Vormund, den ich mir vorstellen kann. Seamus trat auf die Frau zu und umarmte sie fest. Ich pass auf die beiden auf. Es klopfte zaghaft an der Tür. Lucius öffnete sie und ließ die beiden Jungen eintreten. Stumm standen sie im Raum. Draco sah auf den Boden, während Harry seine Hand nicht losließ. Narcissa trat zu ihrem Sohn und dieser warf sich weinend in ihre Arme. Sacht strich sie ihm über die blonden Haare. Schatz, hör auf zu weinen. Es wird alles gut. Es ändert sich doch nicht viel. Du bist, du bist also nicht böse? Schlucht zu der Slytherin. Natürlich nicht. Ihr. Sie zuckten auch Harry in ihre Arme. Ihr beide sollt glücklich werden und dafür würde ich alles tun. Sie sah die Jungen lächelnd an. Draco drehte sich zu seinem Vater, der hinter ihnen stand. Der Hit. Draco. Ihr und wir schaffen das. Du kannst uns weiterhin schreiben. Trinket kann die Briefe abholen. So, aber nun genießen wir erstmal noch die Ferien. Wir haben eine Überraschung für euch. Die Jungen sahen Fragen zu Lucius. Wir veranstalten eine Silvesterparty für euch und eure Freunde. Was? Wirklich? Wer kommt denn? Wollte Draco wissen. Also alle, die über Regulus und euch Bescheid wissen? verantwortete Severus die Frage. Also Ron, Hermine, Blaze, Seamus und auch Luna und Ginny? Überlegte Draco laut. Ja, und die Zwillinge und Oliver. Warf Harry ein. Oliver? Wer ist Oliver? Wollte Draco wissen. Ach so, das habe ich gar nicht erzählt. Fred lebt mit Oliver Wood zusammen. Sagte Harry etwas kleinlaut. Was? Das erzählst du erst jetzt? Zusammenleben wie Freunde oder wie Partner? Äh, letzteres. Harry James Potter Snape, sowas darfst du mir doch nicht vorenthalten. Aber Oliver ist schon echt heiß. Er ist es doch noch, oder? Hey, empförte sich Harry. Was denn? Tu mal nicht so, du findest es doch auch. Sagte Draco und lachte. Harry lief rot an. Ja, also früher. Draco zog seine Augenbrauen nach oben. Ja, okay, er ist immer noch heiß. Sagte Harry grinsend. Ähm, ja, also wie gesagt, es kommen alle, die ihr aufgezählt habt. Nur George und Angelina nicht, da sie bei ihren Eltern feiern. Ach, und natürlich kommen auch Remus und Tonks. Es werden auch alle hier übernachten. Das Haus ist groß genug. Mischte sich nun Lucius in das Gespräch ein. Oh, das ist toll. Danke, das wird super. Sagte Draco grinsend. Also, wenn das dann geklärt wäre, dann setzt euch bitte. Deine Mutter und ich müssen euch allen noch etwas erzählen. Nun wirkte Lucius ernst und sat zu Narcissa. Dieser aber lächelte und trat neben ihren Mann. Irritiert setzten sich Harry und Draco zu Cerus und Dragulus, die ebenfalls überrascht wirkten. Ähm, ähm, also scheint so, als würden nach den Ferien große Veränderungen auf uns zukommen. Das schließt auch uns ein. Farig sah der Melfall zu seiner Frau. Diese legte ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Was mein Mann euch sagen will, ist, dass die Familie Melfall in diesem Jahr gewachsen ist und dass sie auch im nächsten Jahr noch einmal wachsen wird. Alle im Raum sahen sich mit großen Augen an. Dann sprang Draco auf. Heißt das etwa... Ja, Schatz, du bekommst ein Geschwisterchen, also besser gesagt zwei, es werden Zwillinge, sagte Narcissa lächelnd und legte eine Hand auf ihren Bauch. Im Raum war es sehr still geworden. Draco war aufgefallen, dass seine Mutter statt recht enger Kleider nun eher weitgeschnittene Sachen trug, aber bisher hatte er sich nichts dabei gedacht. Nun ließ er sich wieder auf das Sofa sinken und sah in das grinsende Gesicht von Harry. Dieser stand auf und lief auf Narcissa zu. Das ist toll, ich freue mich für euch, sagte er und umarmte die beiden Malfoys. Auch Cerys und Dragula standen auf und schlossen die werdenden Eltern in die Arme. Nur Draco blieb sitzen. Tränen schwammen in den sturmgrauen Augen. Schatz, ist alles okay? Freust du dich nicht? Besorgt setzte sich Narcissa neben ihren Sohn. Der sah sie mit feuchten Augen an und ließ sich dann langsam in ihre Arme sinken. Doch, doch, ich freue mich. Mehr als ich beschreiben kann. Aber Mom, dann wird das auch alles noch schwerer. Ich will meine Geschwister sehen und wenn ich dann nicht mehr zur Familie gehöre, schluchzte er. Aber Schatz, du wirst sie sehen. Glaub mir bitte. Denkst du denn, ich würde zulassen, dass du so einfach aus der Familie verschwindest? Es ist alles nur auf dem Papier. Wir leben. Wir lieben dich und bald hast du zwei Brüder, die ihren großen Bruder brauchen werden. Draco sah auf und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Brüder? Ja, Brüder. Es werden zwei Jungen und sie kommen Ende Mai auf die Welt. Also das sind ja Neuigkeiten. Das Haus wird also noch voller. Ich finde ja, das sollten wir mit einer Schneeballschlacht feiern. Was sagt die Jungs? Auffordernd sah Regulus zu Harry und Draco. Der Griffender nickte und griff nach der Hand seines Freundes. Geht klar, aber gegen mich und Ray habt ihr keine Chance. Wir sind bei Fred und George in die Lehre gegangen. Wer als Letzter draußen ist, muss Schneeschippen. Mit diesen Worten rannten die Jungen lachend aus dem Raum. Na warte, rief Savills und rannte mit dem Black hinter den beiden her. Ich glaube, sagte Lucius, nahm seine Frau in den Arm und strich sanft über den noch kleinen Bauch. Unsere Söhne werden es gut haben. Das glaube ich auch, sagte Narcissor und küsst ihren Mann sacht.